Woche 4 Beobachten, wie Leiden und Stress sich auflösen Wann immer wir uns mit einer Schwierigkeit konfrontiert sehen, sei es nun Schmerz, Krankheit oder Stress, ist es nur natürlich, wenn wir versuchen, sie wegzustoßen. Wir tun das auf vielfältigste Art und Weise, etwa indem wir am laufenden Band bereits fehlgeschlagene Lösungen durchkauen, die Schwierigkeiten ignorieren oder sie unter einem Haufen von Ablenkungen vergraben. Doch früher oder später gelangen wir an einem Punkt, an dem diese Strategien nicht mehr funktionieren, weil uns entweder die Puste ausgeht oder die Schwierigkeit, der wir uns gegenüber sehen, wirklich erdrückend wird. Wenn wir an diesen Scheideweg gelangen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können versuchen, weiterzumachen und dabei so zu tun, als wäre alles in Ordnung und dabei immer mehr verkümmern. Oder wir können uns für eine andere Art und Weise entscheiden, mit uns selbst und der Welt umzugehen. Diese andere Herangehensweise ist die der achtsamen Akzeptanz unserer Selbst und unseres Leidens. Das bedeutet, uns ihm zuzuwenden und es zu akzeptieren, auch wenn wir es hassen oder es uns mit Angst und Schrecken erfüllt. Für viele von uns, besonders diejenigen, die an chronischen Schmerzen oder Stress leiden, ist die Vorstellung solcher Akzeptanz reine Ketzerei. Sie schmeckt nach passivem Annehmen unseres Schicksals. Warum sollten Sie aufgeben und ohne Hoffnung leben? Aber achtsame Akzeptanz verlangt nichts von all dem. Jene Akzeptanz, die aus der vollbewussten Aufmerksamkeit entsteht, welche von Achtsamkeit herrührt, schmeckt unterschwellig ganz anders als die passive Form von Akzeptanz. Im Kontext der Achtsamkeit ist Akzeptanz einfach eine Pause, eine Periode des Zulassens, des Seinlassens, der Klarsicht. Es ist das Akzeptieren, dass die Dinge für den Moment so sind, wie sie sind. Es bedeutet, das Leben anzunehmen und es nicht bloß zu ertragen. Achtsame Akzeptanz besitzt auch noch eine andere Qualität, Mitgefühl anderen und der uns umgebenden Welt gegenüber. Wir werden dies in den späteren Kapiteln ausführlich untersuchen, aber der erste Schritt besteht darin, dass Sie lernen, Mitgefühl mit sich selbst zu empfinden. Dies verlangt, dass Sie aufhören, sich selbst für die von Ihnen empfundenen Fehlschläge, Schwächen und Unzulänglichkeiten zu verurteilen. Es erfordert, dass Sie sich nicht länger die Schuld an Ihrem Dilemma geben. Allem voran ermutigt es Sie dazu, sich behutsam zu erlauben, so zu sein, wie Sie sind, mit all Ihren Fehlern und Marotten, Ihren Wehwehchen und Schmerzen. Für manche Menschen kann das schwieriger sein, als mit Schmerzen, Leiden oder Stress umzugehen. Auf lange Sicht jedoch wird Mitfühlendes Akzeptieren ihre Schmerzen drastisch reduzieren und ihr Leben bereichern. Viele wissenschaftliche Studien belegen die Kraft Mitfühlenden Akzeptierens. Sie löst Stress, Ängste und Sorgen, auf die sie trifft, einfach auf. Und was wesentlich ist, diese Veränderungen prägen sich, wie auch die anderen Wohltaten der Achtsamkeit dem Gehirn ein. Scans zeigen deutlich positive Veränderungen in jenen Gehirnbereichen, die mit nackten Emotionen und der Wahrnehmung von Schmerz zu tun haben. Bemerkenswert ist, dass diese physischen Veränderungen bereits nach nur achtwöchiger Übung, etwa der Meditation des mitfühlenden Akzeptierens, in Erscheinung treten. Dann wird der Schmerz, wenn er auftritt, mit der Zeit weniger intensiv sein als in der Vergangenheit und schneller wieder vergehen. Angst, Stress, Depression und Erschöpfung werden ebenfalls weniger häufig und mit geringerer Intensität auftreten. Dadurch wird es zunehmend leichter, der Welt in einem ruhigen, mitfühlenden und annehmenden Gemütszustand zu begegnen. Es ist ein positiver Kreislauf. Diese Woche werden Sie beginnen, zu lernen, wie Sie sich dem Kern Ihrer Schmerzen und Leiden zuwenden können. Die vierte Woche hilft Ihnen, sich mitfühlend einem Unbehagen zuzuwenden, das Sie spüren, und die nackten Empfindungen zu fühlen. Sie werden lernen, sie zu beobachten, wenn Ihre Intensität steigt oder fällt, und Sie werden die beruhigenden Auswirkungen des Atems erleben. Sie werden üben, Ihre gewohnheitsmäßigen Reaktionen loszulassen, sobald Sie merken, dass Sie sich kriegen. Doch allem voran werden Sie auf einer tiefen Ebene bis in die letzte Pore hinein lernen, den Unterschied zwischen primärem und sekundärem Leiden zu spüren. In dieser Hinsicht ist Achtsamkeit ein Mittelweg zwischen der Unterdrückung Ihrer Gefühle, also dem Bemühen, Sie durch Angst oder Vermeidung auszusperren, und einer Überidentifizierung mit den Gefühlen, indem Sie darauf reagieren und in Ihnen ertrinken. Achtsamkeit bedeutet im Grunde, Ihre Gefühle klar und ehrlich zu beobachten, während Sie auftreten und dann wieder vergehen. Sie lehrt Sie, dass Sie auf Ihr Leiden nicht reagieren und ihm auch nicht die Stirn bieten müssen. Genau diese Reaktion und dieser Widerstand sind der Motor des Sekundären Leidens. Wenn Sie also nicht reagieren, wird der größte Teil Ihres Leidens möglicherweise sogar alles dahinschmelzen. Danny Penman, Widjamala Burke, Schmerzfrei durch Achtsamkeit. Die effektive Methode zur Befreiung von Krankheit und Stress. Aus dem Englischen von Maike und Stefan Schumacher. Gelesen von Gabriele Gerlach und Carsten Fabian. Achtsamkeit? Achtsamkeit.